So, wir sind wieder da bei der nächsten Runde. Leider bin ich etwas angesäuert, weil mir nämlich meine Tonaufnahme flöten gegangen ist. Zwei Episoden lang, beziehungsweise anderthalb Stunden Recording, sind mir mein Mikro gemutet gewesen. Aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich habe ich Notkey verwischt und somit mir mein Mikrofon deaktiviert. Sehr schön, sehr schön. Jetzt darf ich das natürlich nachvertonen. Dadurch sehe ich mich etwas gezwungen, da mich auch Leute schon fragen, wie es denn weitergeht und ich eigentlich auch das Material schon habe, möchte ich gar nicht zu viel reden, euch lieber komprimiert hier die Inhalte zeigen. Ihr seht, ich bin jetzt hier gerade in dieser Höhle gewesen. Jetzt gucken wir gerade nach nächsten Möglichkeiten. Ah, bin nach einer Falschnöhle. Ich muss nämlich in die nächste... Ach, genau. Das ist nämlich das Problem. Dort finden wir einen Kristall. Ja. Gell, ärgerlich. Und du wartest auch schon auf mich. Genau, da haben wir nämlich hier das Artefakt. Da müssen wir uns hier den Weg so weit freikloppen und gucken, dass unter uns ein Schacht, also ein Weg entsteht, ja. Und keine Lücke, wie hier jetzt. Die habe ich nicht gesehen und bin reingefallen. Dementsprechend müsst ihr darauf achten. Jetzt müssen wir nochmal hochlaufen und buddeln uns einen Weg frei. Hier die Kristalle kann man leider nicht aufnehmen, ein bisschen, wie ich dann feststellen durfte. So, also wieder oben rein. Nochmal den Weg frei buddeln. Aber jetzt nicht mal von vorne nach hinten laufen. Also... So, also wieder oben rein. Nochmal den Weg frei buddeln. Aber jetzt nicht mal von vorne nach hinten laufen. Also... geradeaus und wieder rückwärts. Dann kriegt man es am besten weggeklopft und nicht so wild hin und her. So links und rechts. Dann fliegt man gleich wieder runter. Ja, aber voll wild macht. Ja, da hat... Da ging es schnell, gell, dann... So, wie ihr seht, ist da jetzt schon ein Weg zu erkennen. Diesen Weg muss gefolgt werden. Naja... Und weiter, weiter, weiter... Hm... Sieht hier aus, als geht es nicht weiter. Dann wird es wohl die andere Richtung sein. Und hier glitscht und buggt es rum. Ist ja lustig. It's not a bug, it's a feature, ne? Wisst ihr ja alle. Kennt ihr ja bestimmt. Also das ist kein Fehler. Das ist ein gewollter Effekt im Spiel. Ein Bonus sozusagen, ne? Ja... Genau, und hier geht es jetzt weiter. Da muss man durch. Weiter, weiter, weiter... 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 Und noch weiter... Weiter... Und weiter... Weiter... Und... Ah... Wir sehen, das können wir nicht nehmen. Und... Das... Vielleicht... Nein. Aber... Was haben wir denn hier links? Ja... Das sieht doch gut aus. Genau, und wir haben jetzt hier das nächste Artefakt. Das wir jetzt schön ins Museum bringen werden. Und jetzt das nochmal aufnehmen. So, und jetzt... Gucken wir mal, dass wir ein Auto kriegen. Ja... Das wäre ganz, ganz gut. Was... Ja... Ja... Ich bin... ja... Ja... Nein... Ja... 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 Genau, ja. Ja... So, wir haben hier den Wagen, können hier einsteigen, wenn mich doch mein Wobby lässt. Und ab damit ins Museum! Und ab damit ins Museum! Kurzen Stopp, nehmen Maukison mit und Begleiter. Kommst du mit? Ja, kommst du? Nö! Nö! Ja komm! Ich will doch weiter fahren. Ich muss zum Museum! Ich muss zum Museum! Oder will ich mit deinem Auto fahren? Nö! Nö! Okay, du kommst ja schon. Und den anderen nehmen wir auch mit. Come on! Einsteigen bitte! So! Jetzt aber! Come on! Ja! Und ab geht die Reise! Komfortabel reingelegt ins Auto und ab! Ja! Wenn ich dann hier vorbeikomme! Ja! So! Und Richtung Museum geht's! Und fällst die Sache in Müll! Genau! Und fällst die Sache in Müll! Nee! Lieber nicht! Das hatten wir heute schon ein paar Mal! Hatten diverse Unfälle! Muss man ja mal berichten davon! Weil man das ja gar nicht so abseits des Streams mitkriegt! Wir haben diverse verschiedene Artefakte schon in der Hand gehalten und ist uns dann runtergefallen! Irgendwo dagegen! Gegen Wasser! Ist dann verschwunden! Ähm! Ja! Pfff! Ein bisschen ärgerlich! Dazu habe ich dann noch zwei Stunden Stream-Aufnahmen gehabt, wo ich das Mikrofon gemutet hatte! Also alles in allem Freude! Dementsprechend wird es jetzt hier halt auch nachvertont! Pfff! Und versuche mich bei dem Video aufs Notwendigste zu konzentrieren! Oder euch wenigstens eine sinnvolle Unterhaltung zu bieten! Wenn ihr schon ertragen müsst! Wie ich zum Museum fahre! Aber wir sind gleich da! Also! So! Dann geben wir das Ganze mal ab! Ich gucke hinter den Spielen! So! So! Maher! Dann geben wir es auf unsere Seite! Miriam! Ja! Jä Ja! 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 Vielen Dank. So, und ab damit. Ja, jetzt haben wir es abgegeben und ja, es hat bei allen gezählt. Schön so. Ne, genau. Eins von vier. Also der Rest fehlt noch. Wir sehen es hier. Yep. So, den Saphir haben wir jetzt. So, und jetzt gucken wir noch weiter, was wir sonst noch finden können. Wir wollten doch mal die Disco angucken. Die haben wir nämlich auch noch nicht gesehen gehabt. Die ist ja auch neu bis jetzt. Die will ich nämlich auch nicht vorenthalten, dementsprechend. Und ja, wenn ich denn noch mitgeschleift werde, ja, reicht es mir noch. Ja, ja, ja. So, ich gucke jetzt auch noch hier in der Bank vorbei. Vielleicht gibt es da ja noch neue Sachen, wer weiß. Weil da könnt ihr natürlich noch irgendwie so zum Beispiel einen Bankräuberjob geben oder irgendwas gekoppelt mit der Polizei in Verbindung, könnte ich mir vorstellen, ja. Ja, und jetzt gucken wir aber nochmal in die Disco soweit. So, und ja. Mal gucken, was kommt. Thanks for coming, sagt er. Und wir sind in der Disco und wir werden schon in die Party reingeschmissen. Ja, was muss ich denn hier machen? Ähm, erstmal bewusstlos am Boden stehen. Und jetzt? Early. Verkackt. Und. Ja, perfekt. So, und wieder zu früh. Ja. Und wo kommt der Nächste? Der kommt da rechts. Und wieder zu früh. Oh Mensch. Und perfekt. Ja, sauber. Und, da kommt der Nächste. Ja, und wieder. Und verpasst. Und wieder verpasst. Und zu früh. Und zu früh. Oh, oh. Und die Wartung ist gleich komplett im Keller. Ich glaube, so kann man es dann auf jeden Fall verkacken. Also, falls ihr was zum Lachen haben wollt. Hier, nur nicht genieren, ne. So. Wieder verpasst. Wieder verpasst. Ja, irgendwie nicht so prickelnd. Und, wie. Ja, doch. Perfekt. Perfekt. Ja, und. Ja. Hm. Und. Ja. Und. Nein. Nein. Ja. Ja. Wie, nicht so. Nee. Was soll das? Gerade noch gut. Gerade noch so gerettet. Und. Autsch, sagt der DJ. Wir haben komplett mit der Wertung in den Keller gerutscht. Also das war jetzt nichts. Sagt er, ich brauche ein bisschen mehr Übung. Das glaube ich. Ja, dann schauen wir doch mal, wenn er sagt, wir brauchen noch ein bisschen mehr Übung. Ich probiere es jetzt nochmal. Mauki-Sang geht schon vor. Er guckt noch ein bisschen nach anderen Sachen. Ob er da noch Artefakte findet oder die Schriftrollen. Und ich mache den Job nochmal, wenn wir euch den doch gerne auch geschafft haben. Ja, also steht dran. Nur wenn der Kreis voll ist, müssen wir uns reinstellen. Ja, aber das haben wir doch vorher auch schon gesehen. Nur irgendwie ist man auch vorhin dann durchgepatzt. Ja. Okay. Ja. Schafft er das? Ja, und der Nächste. Schafft man das denn? So. Ja, und, 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 und. Perfekt. Und gut. Wieso nicht? Ja, das wollen wir doch gerne so. Ja. Ja, diesmal sieht es doch schon deutlich besser aus als letztes Mal. Gut, jetzt haben wir gerade gepatzt, warum wir auf dem Feld gestanden sind. So, und weiter geht's. Gut. Gut. Und, ist es jetzt zu Ende? Nein. Das geht nämlich doch ganz schön lange. Ich glaube, es ging vorhin nur nicht so lang, weil, ähm, wir dann auch von Scoring so weit unten waren von der Gesamtversorgung. Dass wir uns ausgeboot haben. Ja, geht doch, geht da hier, oder geht da nix mehr. Da hört halt auch auf. Und hier, Perfekt mit Miss. Äh, jetzt auch Early und nochmal Miss. Jetzt muss man aufpassen. Wird schon wieder knapp. Wieder so Patzer runter oder was. Ja, und wieder. Gut. Gut. Und wieder voll von der Wertung. Ich glaube, die muss auch voll sein am Ende. Und wie viel kommt noch? Man sieht immer, es zieht immer 25% ab. Also ein Vorteil, wenn man gewinnt, oder wenn man, äh, also wenn man verliert, zieht es 25% ab. Wenn man richtig tritt, dann gibt es 25% dazu. Ich weiß nicht, was es Perfekt gibt. Vielleicht gibt es Perfekt mehr. Es gibt Perfekt 50. Könnte ich mir vorstellen. Habe jetzt nicht drauf geachtet vorhin. Ja, und jetzt haben wir es geschafft. Juhu. Eindrucksvoll, Doktor. Ja, geht doch. Dafür gibt es einen netten Steam-Erfolg. Und wir haben die Disco-Klamotten freigeschaltet. Disco-Collection. Yay. Und schnell das Geld abgeben. So, ich sag auch mal, hier soweit. Danke, dass ihr mir zugesehen habt. Ich freue mich, wenn ihr auch meine anderen Videos anguckt. Einen Kommentar da lässt. Und falls ihr das noch nicht getan habt, ganz wichtig, ähm, macht Video-Stop und macht ein Abo und ein Like. Ja? Das ist ganz wichtig. So, ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.